Musik So und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der RPL und heute gegen Lolo Mä gegen niemand anderen als Lolo Mä Gegen ihm habe ich irgendwie so nie Bock keine Ahnung warum aber vielleicht weil er mich immer liest wie ein Buch oder keine Ahnung weil er einfach seine Eier auf den Tisch immer legt You know what I mean Ich will euch schon mal vorwarnen ich bin wieder mal krank wie auch was denn sonst ist schon langsam ein Staple bei mir dass ich krank bin Och Gott das ist unser Squad wir haben Tornupto und Schwalbos dieses Mal neu dabei Spoiler wir spielen Scarf Ferox und Chilanberry Capoeira weil er hat Metacross mit Explosion und Skunk Tank mit Explosion und irgendwas brauche ich da You know ich will nicht einfach meine Defensive weggebombt haben So Turtog Okay da ist ein Rasa Was ist denn da Was fehlt Was fehlt Was fehlt Was habe ich gesehen Kein Porygon Kein Claydor Kein Dragonair Kein Traumfugil Kein Flareon Das scheiß Gangtang ist mit dabei Es wird mich wegbomben wollen Das steht außer Frage Ähm Was liegen wir Also Memo ist an sich Warte mal Team aufschreiben Team aufschreiben Schon wieder fast vergessen Obwohl ich den Stift und die Zettel hier habe Einfach schon wieder fast vergessen Oh Was Rasa Ja Whatever Skunk Tank habe ich Ich habe ein Set Wovon ich bei Skunk Tank immer ausgehe Und zwar ist es Turnt Explosion und Dark Step und Fire Move Das ist das Set Wovon ich ausgehe Ich weiß noch immer nicht mit wem ich leiden soll Turnuptus Garth sieht in 10 aus Turtog ist allerdings ein Ding Memo Lied Scherox Lied Ich will mit Scherox Lieden Der ist Scarf Na gut Gehen wir rein mit den Scarfs Sie so Meine Hoffnung ist dass wir ein bisschen Willenskraft mit Mit Oh Oh I Digger Digger Genau das wollte ich haben dass wir vielleicht den Sceptile Lied erwischen er wird zu 1000 prozent in power fire darauf haben aus als selber scarf septal das gehe ich jetzt mal nicht von aus okay wir haben back weit weil ich mit anti bern rechnet und auch bärenkräfte meter groß vielleicht auch mit der feuerattacke bitte gib mir selbst teil da du bist doch du bist mir einer du bist mir einer gibt mir selbst teil schmutz so ein wenig gehen wir also memo kriegt sehr viel von der heatwave und ich habe keine ahnung ob es bex ist oder nicht ich habe eigentlich alice und ich habe auch so eine also mein angst ist ab pressure stall und rust ich könnte halt gesgafftes memo sein ist halt so das ding ich könnte halt gesgafftes memo sein er muss immer von dem scarf memo ausgehen spricht für ein subset oder so schon mal ist schon mal kein specs oder so was ich jetzt sehen will ist dass er rausgeht er muss mit scarf rechnen also er kann in meinen augen jetzt nicht einfach er scheiß komplett drauf ob ich gesgafften oder nicht oder er scheiß einfach komplett drauf hallo hallo der scheiß da komplett drauf drauf das ist ab normal blaster ist ich gehe mal davon aus dass er auch die leute ist trägt gehe ich mal von aus ja war zu erwarten und der hat so er wird nicht nochmals surfen ist ziemlich ob wir es mal imo also wenn toxic kommt es kann immer ein toxik kommen ist so das ding ich bin ja eigentlich fast am überlegen ob ich einfach noch mal sagen möchte für den fall eines toxics aber er weiß dass ich noch mal potenziell einfach sagen könnte vielleicht reden wir jetzt dann auch gleich einfach toxics werden wir dann gleich sehen ja ich hätte es haben ich wusste es dass ich sagen hätte sollen wenn ich da gesagt hätte hätte mich wäre ich in einer besseren position gewesen interesting es kann meter groß reinkommen aber ich glaube trainiert toxics bin ich ehrlich ich glaube trainiert toxics oder hat keinen bock auf toxics und geht jetzt wieder los das ganze ja das ganze geht auch der wie gesagt das set was ich predikte ist tor und explosion um ein vaporeon zu bieten ich protecte jetzt einmal wahrscheinlich auf sein tor und gehe ich halt mal von außen wenn er boomt ist natürlich noch besser aber wie gesagt ich gehe von tor und aus ok toxic wir spielen mono toxic und da auch toxic 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 jungs er könnte jetzt boomen er könnte weiter toxin er kann aber auch scherox predikten wir gehen in alice weil der hat die chill an berry es ist so dumm es ist so dumm aber ich weiß dass er explosion spielen wird aber dann hat er wahrscheinlich kein tor und er geht von sie so aus er geht von das muss nicht ganz ehrlich das muss wirklich nicht warum das muss jetzt aber nicht junge das macht mich gleich wieder aggressiv das macht mich gleich ja was soll ich dir sagen ich gehe mal wenn es alles mit er hat sein geist nicht mit das ist so nervig ja okay das ist halt so mein zapptos check ne das ist halt an sich mein zapptos check der trägt halt die lefties und ich ich habe halt keine lefties jetzt auf den das ist so nervig wenn er es abspielt well good to know zapptos ist das größte problem hier in dem match mit gang tank wenn das abspielt dann ist es so ja es ist halt saun ja kräht der mich auch noch hallo lololand wir sind hier nicht im jahr wenn man gegen lololand muss man mit hex rechnen muss das geht gar nicht anders ja ja well well digga well mein capoeira wurde so komplett verarscht aber so gegen den strich wurde der verarscht der wurde von feierblast geboren und von heatwave danach gekrittet der wurde mal das sowas von verarscht das ist ja nicht feierlich der für die klima der die 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 Müsste ich jetzt eigentlich mal nachkalken. Memo Blastoise. Das heißt mein Typhlosion macht den halt gar nix. Da müssen wir electric drücken. Zapdos. Ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Ihr könnt halt auch U-Turn. Ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Dann drücken wir die Hindenpower electric. Also ich sehe schon, wie wenn ich Hindenpower drücke, bleibt der jetzt hier einfach drin. Ich sehe schon, wenn ich die Ruption drücke, geht der jetzt einfach Blastoise. So. You know? Aber er drückt halt einfach U-Turn. Theoretisch auch. Ich habe die Hindenpower electric, by the way, für Blastoise. Die wäre jetzt ca. 38% max. In der Range, wo Turtok jetzt ist, wäre das... Ne? Ich sehe schon, wenn er jetzt U-Turn. Okay. Dann gehe jetzt aber auch Turtok. Danke. Okay. Das wird er nicht rausnehmen. Aber es nimmt den so hin, dass er eine zweite killt. Hoffentlich. Sollte auf jeden Fall. Who's going to take the glory? Er wird in Zeptile gehen. Großer Guess meinerseits. Großer Guess meinerseits. Zeptile. Wir müssen... Wir müssen... Hat der Rocksetter? Ja, Metagross theoretisch. Metagross theoretisch. Und ohne meinen Spinner werden Rocks problematisch für Tarnupto werden, auch für Schwalboss. Müssen wir gucken, dass Metacross nicht für Free reinkommt. Mein Gass ist jetzt Septile, exakt, wir gehen wieder für die U-Turn, auf Zapdos. Er bleibt drin, hat nicht mit dem Scarf gerechnet, das dürfte ein totes Septile sein, genau. Genau. Das ist ein Kill für Scizor, Septile ist tot. Das ging auf. So, wir dürfen Dingens nicht reinlassen, was ist wenn wir den reinschicken? Können wir. So, tschüss Septile. Skuntank. Der ist voll. Er könnte jetzt boomen. Was habe ich gesehen? Toxic Fire Blast. So, ich muss Kalken. Typhlosion gegen Skuntank. Eruption hat eine Roll. Mit, wenn er kein KP Investment fährt. Und ich habe aber auch gar keinen Bock, dass der mein Tarnupto hier boomt, ne? Überhaupt kein Bock. Aber, es könnte halt... Es ist egal, er kann sowieso irgendwas boomen. Aber Tarnupto ist zu wichtig. Ich glaube nicht, dass er hier... Fire Blast drückt, oder? Wenn er jetzt Fire Blast drückt... Well. Also, Tobi Fersi so hat es einen Job gemacht. Siso hat es einen Job gemacht, wenn er boomt. Ich will den hier noch nicht verlieren. Dark Pulse. Okay, kein Boom. Das bedeutet, wir Kehrt wenden wieder raus. Weil wir sind sehr schneller wegen dem Scarf. So, Dark Pulse auf Skuntank. So, Dark Pulse auf Skuntank. Jetzt kommt halt wahrscheinlich wieder ein Fire Blast. Toxic Dark Pulse, Fire Blast. Er wird boomt drauf haben, oder? Wenn, glaube ich jetzt nicht, dass er es jetzt drückt. Was ist jetzt der hörst? Black Sludge? Ja. Black Sludge. Black Sludge... aber kommt mich nicht drum herum und noch mal feuerblast nächste surf nimmt dann raus okay vielleicht auch nicht keine ahnung das welt hier so ein punkt wo er sich sehr fühlen könnte und das wäre jetzt so eine situation mir gefällt das nicht ich weiß den vierten move nicht und ich habe angst dass es die explosion ist und er mein vaporeon damit kill ich habe angst davor bin ich ehrlich ich habe angst davor hallo ich will echt nicht dass der dieser scheiße explosion ich sag's euch jungs hallo jetzt lad nicht so ewig für den ganzen rotz ich kann aber auch nicht er hat so oft jetzt feierblast gedrückt ich bleib drin also wenn er boomt dann ist es so ganz ehrlich dann kann ich da auch einfach ich kann ein feierblast auch nicht mehr noch einschicken das geht alles nicht er drückt ich sag's ja ich sag's ja er connecte dann auch jeden ich wäre beinahe jetzt sie so oder so wieder gegangen ich stirb doch ja boom oder nicht protect ich jetzt protect ich jetzt oder was mache ich da geht auf toxic oder geht auf boom oder das ist so dumm diese situation jetzt ins gang tank also memo ja ist halt schon noch okay so ich bleib drin und protect ich verliere erst mal nichts mit dem protect mit der groß ja das gibt talks das ist gut funktioniert pressure hier das aus bei status attacken die ap keine ahnung ich glaube schon es ladet gerade echt dick war pro gegen zapptos machen wir einfach choice packs aber ohne specs donner blitz zieht schon ziemlich dicke ich hasse das ich habe nicht mehr raus aber ich kann memo einwerfen ich kann eigentlich immer wieder mal technon toxic chips tollen es ladet mir ein bisserl zu lange ich habe jetzt zwei ap protect verloren ich glaube er heatwaved ich glaube er heatwaved okay schade hätte er sein können ach komm digga wie h digga wie wie kann lolo mir immer so viel lack haben in sein scheiß leben wie geht das immer wieder ich protecte jetzt ich protecte halt jetzt aber ich werde es in full power kriegen seht es ist einfach ich protect jetzt aber seht wie er jetzt dingens bekommt die full power oder switch ich fack das so ab gegen lolome kannst du nicht normal spielen das geht nicht es funktioniert einfach nicht gegen lolome kann man nicht normal zocken es geht nicht er wird das rox legen er wird es so unglaublich dass im lololand alles gegönnt wird er attackt einfach mit meteor mesh boah bruder das ist band das ist band das ist band das ist band okay dann haben wir skuntank wenigstens los aber digga ist das meter groß das band immerhin digga diese paar nervt mich schon wieder ja die größten problem kinder sind halt noch da also ich weiß nicht ob ein bullet punch ne ich glaube bullet punch reicht noch nicht für tonupto wie gehen wir vor ich gehe halt in asna ich habe keine ahnung er kann auch donner schlag drücken ich weiß nicht ob der geskaft ist ich weiß es nicht aber den will ich nicht losen und ich weiß dass du ja nicht rocken kann meter groß also kann könnte schon aber ich weiß dass der beendet ist ist der auch beendet wenig macht es nicht wenig macht es mich ich werde nicht wischen oder will ich wischen wenn ich wische und zapptos kommt wieder ein problem blasto ist ja okay weil da kann mich nicht mehr toxin bekommen jetzt einfach keine para danke ich weiß dass der gefehlende das ist guter schaden ich weiß dass der gefehlende ist deswegen protect ich jetzt seht ihr den wasserfall dahinten dass der der kommt frisch vom lololand es ist nicht normal hätte ich mir schon denken können dass er so denkt ich gehe jetzt einfach auf surfer bin ich ehrlich war post sehr wichtig aber meine anderen und sind auch alles sehr wichtig für den rest des verlaufes ich weiß nicht ob das hat mich nach band ausgesehen ich habe halt kein zwitschern ich bin einfach surfer weil entweder ruse der oder heatwavet wieder oder weiß ich nicht wenn er memo reinkommen lassen will gib mir den damage ich brauche den damage nehme ich auf den wenn er sich jetzt denkt er wusste will ich memo reinwerfen wobei was bringt mir das es ist klüger zu wünschen ja jungs wir wissen nicht wir wissen nicht in diesem lololand kann man nicht kämpfen das match wird so dumm schwierig das match wird so dumm schwierig ok was passiert wieder meta groß ich kann halt weiter protecten bruder klar kann er immer rock setten ja mein guess ist halt er muss aber halt auch erdbeben eigentlich spielen bullet punch meteor mash und dann vielleicht explosion oder stealth rocks noch ich weiß es halt nicht wenn er jetzt rock sled legt ok meteor mash gegen das kann ich wünschen glaube ich also ich jetzt mal da killt mich jetzt nicht ich will mich halt wieder mit der para und er mit dem attack boost leben wir natürlich im lololand ist der attack boost ja direkt ne im lololand ist der attack boost ja gegeben geschenkt das ist wieder lololand pur junge du warte über du j warte warte du warte du warte du warte warte du warte und ich drück zur fahrer bleibt drin connected wieder erkannte es auch mal missen so hat die feierblast schon alle connected und geboren damit auch nach nach AXEL 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 Es ist so dämlich, Allah Das kann man ja eigentlich niemandem erzählen Alter LOLOLAND Pure Gameplay, Allah Das ist pures Lolo Land Pures Lolo Land Das Lolo mir abenteuer geht weiter, Alter Ich krieg das... ich kann das alles nicht mehr natürlich gehen wir dann nicht natürlich gehen wir dann so sollten wir dennoch gehen ich gehe jetzt einfach auf die hp weiter auch wenn zapptos reinkommt ich kann das alles nicht mehr gegen lolome kann man kein einziges match spielen ohne weggehext zu werden das geht nicht das geht einfach nicht das ist verrückt das ist geskriptet junge die welt will dass der alles gewinnt junge mein capoeira und mein aquaner sind komplett verarscht worden komplett gegen den strich an die wand ge... verarscht worden so turtok ist tot der wir damit haben wir da gleich picken der ist schneller als zapptos der ist schneller als zapptos und das ist die im drücken der zapptos Sinon und Kirito sind auch und ich habe auch noch einen Eishat. Zapthos ist jetzt nicht so das Problem. Gehen wir Kirito. Ich würde Ja sagen. Ich würde... Haben wir... Was haben wir für einen Move? Bullet Punch und Bug Bite. Ja, wir dürfen Tronopter nicht verlieren. Kirito ist, glaube ich, mit das unwichtigste Mon. Okay, Fire Punch. Das bedeutet für mich, der ist gescavd wahrscheinlich. Damit ist Scherux tot. Ja, wir gehen in Sinon. Wir müssen theoretisch U-Turn. Ich gehe davon aus, dass er gescavd ist. Wir müssen U-Turn, weil Metagraus nicht mehr reinkommen kann. Er kann auch einfach Fire Punch drücken. Wenn er weiter Fire Punch drückt, kriege ich immer Tornupto rein. Und ich kriege Tornupto auch so immer rein. Ich kriege zwar meinen High Swap nicht getriggert dadurch, aber... Also, der Bullet Punch sollte mich noch nicht killen. Also, ich glaube, ich habe nicht gekalkt. Ich will nur gesagt haben, ich habe nicht gekalkt. Aber ich gehe mal davon aus. Das war ein Meteor Mesh. Keine Ahnung, ob das Bullet Punch Range ist, das sage ich euch ganz ehrlich. Wir gehen für Lava Plume. Es ist sowieso schwierig genug gewesen, das Match zu gewinnen. Und mit diesen Hacks auch noch. Alla, wir sind ja so verrascht worden. Weil es ist noch nicht over. Die Chance stehen aber eher für ihn. Er kann auch RASAV reingehen. Na, wobei, ich bin schneller, auch wenn eriges gehaftet ist. Äh... Bullet Punch, bitte kill mich nicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haha. Ja, den Crit brauche ich nicht. Den Crit brauche ich nicht, Bruder. Jetzt kommt dann halt wieder RASAV. Und claimt sich ein. Okay, ne. Der Zapdos kommt. Gut, der ist ziemlich fit. Er kann... Er kann... Wir müssen Tornupter noch keepen. Weil, ähm... RASAV sonst gewinnt. Die Frage ist, wem werfen wir da jetzt rein? Memo? Also RASAV gewinnt auch, wenn ich kein Chip-Damage auf den drauf bekomme. Ne? Ich muss eigentlich kalken, wie viel Damage mein Lava Bloom macht. Der Zapdos macht das halt nichts. Aber gegen... Na, der heißt nicht RASAV, der heißt Prime-Ape. Choice-Goth. Ja, ich mach halt 50. So, das Problem. Manzuello. Ich bin von Close Combat zu viel. Wenn ich den jetzt Chip-Damage drauf drücke, damit... Dings clean. Ich muss Memo-Sacken. Ich muss Memo-Sacken. Ich muss Memo-Sacken. Probier's. Okay. Ich brauch das... Ich kann mit Dingen... ...Revenge. Du-Turn. Okay. Das heisst, ich krieg den Chip-Damage auf RASAV... Gefeld-Sacken. Ich seh auch in was er sich lockt. Ich krieg ne Eyeshot auf dem. Junge, das ist das Match. Das Leben durch Zapdos und Razav. Ich geb den jetzt ne Eyeshot. Ich brauch so viel Chip auf dem, dass Tarnupto gewinnt. Ich muss auch Zapdos in den Zaun halten. Oh, was hat er denn hier jetzt gerochen? Drück doch einfach Zehz. Yo, der Eyeshot schmeckt. Warum drückt der nicht einfach Zehz? Lol. Wenn wir den jetzt killen... Ach komm, das war jetzt wieder ne Low Roll. Ach komm. Das war jetzt wieder ne Low Roll. Aber vielleicht killt die Toxic. Tut sie nicht, ne? Doch. Wie spielen wir das? Was hab ich von denen gesehen? Zehz und Fire Punch. Nur noch Razav. Wie gewinnen wir gegen den? Jetzt hätte ich gerne Quick Attack, ne? Wir machen mit... Wir sind schneller mit denen. Wenn das Stone Edge hat... Ich glaub ich muss ihn... Ich muss hoffen, dass... Okay. Ja. Ich brauch... Es ist ein Lava Plumpen beim Fischen. Er hat Speeded halt meinen Schwalboss, wenn er Scarf ist. Ist so das Ding. Wenn das Scarf Element ist... Kill er mich safe. Wenn er Non-Ad, also wenn er Plus Speeded ist... Ich muss ein Schwalboss. Ich brauch... Ich brauch... Wir sind am Punkt, wenn er C drückt, kriegt er die Death Drops. Ich hätte so gerne eine Quick Attack. Boah. Der... Endeavor wär's. Aber wenn ich überlebe, kann ich auf Brave Burn. So ist das Ding... Ist halt so das Ding. Ist halt so das Ding. er ist schneller drückt jetzt lebt dann lebt dann lebt dann lebt dann natürlich gegen lolome kann man die roll auch nicht hätten das geht gegen lolome kann man den roll nicht ich habe das ganze spiel über jetzt so viel pech gehabt erst minus 1 minus 1 und ich bin in place range okay wir haben eine kleine aber feine chance jungs nein prime minus 1 in beiden steps 3 or place range die place range macht es jungs die pläser in schwarz jungs jungs ich glaube die pläser in schwarz jungs dadurch dass wir im place range sind killen wir den mit lava blumen und auch auf minus 1 ist das sollte töten wir sind in place range jungs die place range die pläser in schala na na ja du bist bläst hör auf dem match hat was gesehen du bist bläst ach du kacke die place range ich kann nicht mehr wir haben dieses match gewonnen dadurch dass wir noch ein sack mehr hatten und wir denn die def drops da reingedrückt haben und im place range waren ok man sieht sich beim nächsten mal ciao und 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 und